Und plötzlich stand da ein Parken-Verboten-Schild. Sehr zur Verwunderung der Anwohner gilt das Parkverbot nicht nur in der Mahierstraße, sondern gleich auf mehreren Flächen im Bogenhausener Viertel zwischen Effer und Oberföhringer Straße. Über 50, fast 60 Prozent der Parkplätze wurden gestrichen und die fehlen jetzt hier einfach. Es ist an manchen Straßen, es ist sogar auf beiden Seiten gegenüber, absolutes Halteverbot. Jetzt suchen wir alle jeden Morgen, wenn wir hier ankommen, ewig lange nach einem Parkplatz. Ich habe hier vor 16 Jahren, bin ich hier in diese Kanzleiräume eingezogen. Da war die Parksituation natürlich für mich auch ein Grund, diese Räume anzumieten. Was die Anwohner besonders ärgert, eine entsprechende Vorankündigung hat es angeblich nie gegeben. Genauso wenig einen Dialog mit der Stadt. Das zuständige Mobilitätsreferat teilt diesbezüglich schriftlich mit. Im genannten Viertel wurden keine legalen Parkplätze entfernt. Es gab vor und nach der Maßnahme ca. 250 legale Parkplätze. Die Halteverbote machen lediglich deutlich, wo laut Straßenverkehrsordnung auch vorher schon nicht geparkt werden durfte, zum Beispiel auf den Gehwegen. Der zuständige Bezirksausschuss hofft auf eine Kompromisslösung, mit der beide Seiten leben können. Florian Ring kann aber auch den Zorn der Bürger verstehen. Dass es ein Parkverbot auf Gehwegen gibt, ist nicht neu. Dieses Parkverbot existiert seit über 50 Jahren. War es aber auch seit über 50 Jahren, wird nicht kontrolliert und wurde dieser Zustand geduldet. Die Anwohner befürchten, dass sich die kleinen Nebenstraßen zu Rennstrecken entwickeln, da die parkenden Autos als natürliche Geschwindigkeitsbegrenzung fehlen. Dadurch erhöht sich die Unfallgefahr. Die Leute, die hier wohnen, sagen auch, die fahren alle jetzt noch schneller durch. Das ist eine zusätzliche Gefährdung, die jetzt auch drauf kommt. Hier sind auch Kinder, die hier spielen. Also da muss man einfach aufpassen, dass die Leute eingebremst werden. Die Anwohner bereiten derzeit eine Unterschriftensammlung samt Klage vor. Aber ob das die gestrichenen Parkplätze zurückbringt? Eine bessere Kommunikation hätte diesen Parkplatzkonflikt vielleicht etwas an Schärfe genommen. Amen. Vielen Dank.